Hi Leute, wir zeigen euch hier heute in diesem Video, wie die Heizlastberechnung für meinen Altbau stattfindet, um eine Wärmepumpe zu installieren. Ich betreibe ja schon eine Photovoltaikanlage und möchte jetzt auch eine Wärmepumpe ins Gesamtsystem mit einbinden, mit dynamischen Strompreisen. Und ein erstes Angebot habe ich schon. Und um das aber jetzt wirklich zu kompletieren und 100% aussagekräftig zu machen, brauchen wir die Heizlastberechnung, um dann auch die Wärmepumpe zu dimensionieren. Und da freue ich mich, kommt Lukas von 1,5 Grad vorbei, der müsste jetzt jeden Moment auf den Hof fahren und dann machen wir das hier. So, Lukas ist auch schon da. Mega. Hi Lukas, schön, dass du da bist. Lukas, schnell aus dem Regen raus, wieder ins trockene Wohnzimmer. Schön, dass du wieder da bist. Und für euch ganz wichtig, wir machen heute eine Heizlastberechnung, um die Wärmepumpe richtig zu dimensionieren. Ja, für den hydraulischen Abgleich. Also heute geht es wirklich tief ins Detail. Ich möchte mit dir wirklich alles einmal durchklären. Ich habe einen Haufen Fragen mitgebracht, einen Haufen Informationen für dich und kann wirklich alle deine Fragen beantworten. Heute kannst du wirklich alles technisch an mich stellen. Ja, super. Was ich sehr interessant finde, ist immer das Thema Pufferspeicher. Freue ich mich darüber, mit dir zu sprechen. Und was ist jetzt der erste große Schritt, den wir machen müssen, um hier die Heizlast rauszukriegen? Genau, also ich habe schon alles vorbereitet. Du bist angelegt, du bist bei mir jetzt ein Projekt. Und wir scannen einmal dein komplettes Haus und gucken einmal, wie groß deine Heizlast ist. Okay, das heißt, wir rennen jetzt wirklich ein bisschen durchs Haus. Genau, und scannen ab. Rennen würde ich nicht sagen, wir gehen durch. Aber in 20 Minuten habe ich für dieses Haus die Heizlast dann noch fertig. Ich nehme jetzt einmal das ganze Gebäude auf. So siehst du hier unten schon, wie der Raum einmal in 3D erzeugt wird. Und so nehme ich jetzt einmal den ganzen Raum hier auf. Und schon ist der Raum fertig. Hier vorne siehst du es einmal in 3D. Ist der Raum schon erstellt. Jetzt den Scan abschließe. Kann ich noch einmal die Außenwände, die Außenwände wurden schon erkannt, kann dann schon speichern. Vorher haben wir deine Daten eingegeben, also von welchem Baujahr dein Gebäude ist, wie der Urwert deiner Fenster ist, deiner Wände. Das haben wir schon alles eingegeben. Und zack, ist der erste Raum schon fertig. Ich messe jetzt noch einmal schnell die Heizflächen aus und dann geht es schon an den nächsten. Warum misst du jetzt die Heizkörper? Genau, um das einmal einzutragen, wie groß die Heizfläche ist. Also das ist jetzt ein 1000x600er wahrscheinlich. Ja, 1000x600. Um das hier einmal einzutragen, wie groß die Heizfläche ist, um mit der Heizlast zu prüfen, ob die ausgetauscht werden muss. Und dann natürlich das Thema voreinstellbare Ventile. Gucken wir uns einmal hier an. Bei diesem ist es nicht voreinstellbar. Das heißt, hier müssen wir das einmal notieren, dass wir im Angebot auf jeden Fall notieren, dass wir hierfür das Ventil tauschen müssen. Und schon geht es weiter zum nächsten Heizkörper. Sag mal Nils, kennst du eigentlich den U-Wert von deinem Fenster und der Wand? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber wie kann ich das rausfinden? Also wenn du die Fenster schon selber ausgetauscht hast, dann weißt du es meist oder der Handwerker. Und bei den Wänden ist es tatsächlich schwierig, das zu wissen, weil das Gebäude ist jetzt, glaube ich, schon über 70 Jahre alt. Wir haben Werte aus den jeweiligen Jahren, was so der Durchschnitt war. Und wenn ich jetzt das Baujahr von deinem Gebäude war, kann ich dir auch sagen, welchen U-Wert ungefähr das Gebäude hat. Dann messe ich das noch einmal nach und weiß dann ungefähr genau, ziemlich genau, wie groß der U-Wert war. Bei den Fenstern kann ich mir das auch einmal angucken. Das ist ein Kunststoffrahmen. Sehr wahrscheinlich eine Zweifachverglasung. Das prüfe ich gleich nochmal. Ja, ist es, genau. Ist eine Zweifachverglasung. Und dann weiß ich schon hier auch, wie groß der U-Wert ist. Okay, und dann trägst du das quasi in deinem... In meinem Programm trage ich das einmal ein, wie groß der U-Wert ist von den bekannten Flächen, von den nicht bekannten, wie beispielsweise von der Außenwand, kann ich das über das Programm einfach berechnen. Und das müssen wir jetzt für jeden Raum einmal angeben, damit wir da eine aussagekräftige Wärmeverlustrechnung sozusagen haben. Genau, richtig. Wir haben das jetzt schon einmal angegeben von den Fenstern, von den Wänden, von der Haustür. Und jetzt können wir einfach durchlaufen und weiter scannen. Super, cool, machen wir. Ja, perfekt. Also jetzt messe ich einmal die Tür aus und gehe auch einmal mit dem Video runter, dass, wenn wir das Gerät einbringen, schon genau wissen, wo A, der Weg hergeht und B, dass die Handwerker, sag ich mal, einfach schon vorher wissen, was auf sie zukommt. Weil bei dir ist es tatsächlich, da unten ist die Kurve so ein bisschen schwierig und ich will das einfach einmal aufgenommen haben, weil wenn das der Sebastian installiert oder so, dass er schon ganz genau weiß, was hier passiert. Hier oben geht es ja mit der Einbringung, aber unten wird es ein bisschen knifflig. Dann bringen wir mal ein Rollbrett mit, einfach so leicht machen wie möglich. Ja, alles klar. Ja klar, ich weiß, mein Keller ist kompliziert und bevor ihr da irgendwie doppelt anrücken müsst oder das Gerät nicht reinkriegt oder so, das wäre ja ärgerlich. Ja, ich mache nochmal eben ein Foto, aber das sieht ja aus nach über 80 Zentimeter. Also den Trinkwasserspeicher kriegen wir auf jeden Fall rein. Du Lukas, du bist jetzt einmal durchs ganze Haus gegangen, hast alle Daten aufgenommen. Was hast du im konkreten Detail sozusagen einmal alles an Daten jetzt eingetragen? Also ich habe verschiedene Informationen, habe ich noch benötigt. Einmal ein Holzkamin hat mir darüber gesprochen, dass du den auch hast, genau welches Holz, wenn du verbrennst. Dann habe ich noch einmal Fotos gemacht von den Thermostatventilen, von den Heizkörpern habe ich überall Fotos gemacht. Die komplette Gebäudeheizlast, den hydraulischen Abgleich habe ich gemacht. Ich habe alle Informationen über deinen Heizungsraum, Deckenhöhe, Durchgänge. Ich habe auch noch ein Video gemacht, gerade eben von der Treppe zum Einbringen. Wir haben uns den Außenbereich nochmal genau angeguckt und der Standort, den wir schon mal ausgewählt haben, der wird es ja auch. Wir haben uns einmal genau die Position der Wärmepumpe angeguckt und auch der Kernbohrung, wo die Rohrleitungen durchführen. Den Elektroanschluss haben wir angeguckt, dass wir eine Unterverteilung noch brauchen, wo wir immer die ganzen Bauteile einsetzen. Dann kann ich daraus einen Bericht erzeugen. Ich habe jetzt keine sonstigen Schwierigkeiten gefunden. Ich habe gesagt, das ist einfach eine Baustelle, die können wir so bauen. Ich denke, wir brauchen eine Woche ungefähr für die Installation. Donnerstags machen wir das Fundament, Mittwochs donnerstags und dann in einer Woche installieren wir so ungefähr die Wärmepumpe. Okay, wie lange dauert es? Angenommen, ich sage jetzt, okay, will ich mit dir jetzt oder mit euch machen und unterschreibe. Wie lange dauert es dann bis zur wirklichen Umsetzung? Also wenn wir sehr zügig sind, wenn wir Angebot und Nachfrage gut austariert haben, dann denke ich so sechs Wochen. Also nach Unterschrift sechs Wochen. Meistens haben wir aber eine sehr hohe Nachfrage zur Zeit einfach durch die Wärmepumpe, vor allem durch Heartbeat AI. Dauert es schon manchmal länger, also da kannst du dich auf längere Wartezeiten etwas einstellen. So drei oder vier Monate könnte es doch schon werden. Oha, sind wir mitten im Winter? Dann sind wir mitten im Winter, aber auch das ist kein Problem. Also vielleicht ein kleiner Ausblick, wenn wir im Winter montieren, was wir letztes Jahr schon gemacht haben und das Jahr auch davor schon, bringen wir so kleine Elektroheizkörper mit, dass du weiterhin ein bisschen Wärme im Haus hast. Okay, das ist super. Ansonsten musst du den Ofen ordentlich anheizen. Genau, den Ofen anheizen. Okay, du sag mal und ganz wichtig und ganz interessant für mich auch, was ist denn jetzt die Heizlast? Die Heizlast haben wir gerade eben schon ausgerechnet und dieses, wie du auch schon berechnet hast, bei 9,4 kW. Okay, und mit dieser Heizlast, was kann ich damit jetzt anfangen? Also die Dimensionierung der Wärmepumpe ist ja ein wahnsinnig wichtiger Teil. Kann ich das damit jetzt machen? Die Informationen habe ich jetzt und das kann ich damit machen. Wir können uns jetzt mal verschiedene Geräte angucken, die für deine Heizlast ausgewählt sind. Ich nehme jetzt mal bewusst das 12er, das ein bisschen zu groß ist. Da sehen wir hier einen Vivalenzpunkt bei minus 10,5 Grad. Das bedeutet, bis minus 10,5 Grad kann die Wärmepumpe alles abdecken. Das ist super kalt und so tief müssen wir gar nicht gehen. Ich würde die Wärmepumpe eher kleiner auswählen und zur Richtung 8er gehen, dass wir eine Vivalenztemperatur haben bei minus 5,5. Das bedeutet, bis minus 5,5 schafft die Wärmepumpe alles. Danach muss der Heizstab etwas unterstützen. Das ist hier in 1% der Fälle, das ist auch im Normbereich. Das passt, das ist perfekt ausgelegt. Die könnte von mir aus noch ein bisschen kleiner sein, aber so ist es eigentlich schon ein guter Bereich. Wir sind immer noch unter minus 3 Grad, also halten alle Bedingungen gut ein. Wenn sie jetzt noch kleiner wäre oder die Sorge, die glaube ich, ich habe schon viele auch in den Kommentaren gelesen, zu kleine Wärmepumpen, die muss dann unglaublich viel laufen. Ist das so sinnvoll, eine große Wärmepumpe, die taktet dann eventuell öfter, geht aus, weil eigentlich viel zu viel Wärmeenergie gerade da ist. Das ist da ja gar nicht so leicht. Wonach entscheidest du jetzt quasi, welche Wärmepumpe passt hier? Nach der Vivalenztemperatur. Also das ist ein ganz klares Kriterium, das mir einfach sagt, bis wo die Wärmepumpe ausreicht. Also bis minus 6 Grad schafft es die Wärmepumpe alleine. Wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich mal hier ein anderes Gerät nehme, beispielsweise eine 16er, da wäre die Vivalenztemperatur, erreichen wir die niemals. Und das wäre für mich schon ein Indiz, die ist viel zu groß. Viel zu viel Leistung für diese Heizlast und deswegen hier, kleine Gerät, minus 5,5. Die Vivalenztemperatur ist wirklich super im genau richtigen Bereich. Deswegen sage ich immer, bitte guckt, dass ihr eine gute Unternehmung findet, die euch die Wärmepumpe echt vernünftig auswählt, mit richtigem Knowledge im Hintergrund. Das ist einfach essentiell, weil hiermit kann ich dir versprechen, du wirst die nächsten 10, 15, 20 Jahre echt Spaß mit dem Gerät haben. Und wir haben uns die Wirtschaftlichkeit ja im anderen Video angeguckt, von diesen 35 Cent konnten wir uns ja schon ein bisschen im Beitrag verabschieden. Genau, mit dem Heartbeat AI konnten wir das anders lösen. Genau, wenn ihr das euch nochmal angucken wollt, da gibt es eine ganze Videoreihe, das ist jetzt Video 3 hier quasi. Und im zweiten Video haben wir uns da ein bisschen mit einer Biertikelrechnung dem ganzen Vergleich genähert zwischen Gasheizung und Wärmepumpe. Darauf bezogst du dich jetzt gerade, ne? Genau, das ist richtig. Wir haben hier unten noch weitere Nachweise, die wir uns angucken können. Das sind aber eher so kleine Details, die jetzt gar nicht so interessant sind. Was ich dir zeigen will, ist, deine Wärmepumpe Daikin Altherma 3HMTW8. Das ist genau die richtige für dich. Das ändern wir gleich in deinem Angebot, um, wie gesagt, zum 100%-Angebot zu kommen. Genauso wie bei deinen Heizkörpern. Wir haben noch gesehen, dass wir noch 5 Thermostate auswechseln wollen. Ja, und die Heizkörper auch ausgetauscht werden müssen. Genau, und du möchtest auch die Heizkörper austauschen. Das würde ich jetzt zum Angebot hinzufügen. Und dann weiß ich, unser Angebot ist jetzt bei 100%. Das ist wirklich unten rechts der Preis, den du gesehen hast. Dein individuelles Angebot. Wenn du sagst, okay, wir machen es, mir einen Handschlag gibt und eine Unterschrift, dann starten wir. Okay. Ein Riesenthema finde ich immer noch sehr spannend, auch einfach vom Verständnis her, Pufferspeicher. Ja, ich habe ja so eine Photovoltaikanlage. Jetzt ist es oft diskutiert, ja, macht ein großer Pufferspeicher Sinn? Den kann ich dann als Energiespeicher nehmen, für den überschüssigen Strom zum Beispiel. Wie dimensioniert ihr den? Und welchen kriege ich hier? Grundsätzlich, Daikin sagt, hey, wir brauchen keinen Pufferspeicher. Gar keinen. Gar keinen. Da wir unsere Anlage sehr weit runter modulieren können, uns reicht eine hydraulische Weiche. Das ist so der erste Schritt. Wir bei 1,5 Grad haben uns da auch viele Gedanken darüber gemacht und das ist uns oft diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir schon einen Pufferspeicher gut finden würden. Aber wir brauchen nicht diese 800 oder 1000 Liter, wie das irgendwo rumkursiert, das brauchen wir nicht. Ja, das wird bei mir auch gar nicht reinpassen. Genau, das wird bei dir auch gar nicht reinpassen. In den meisten Fällen bewegen wir uns irgendwo so zwischen 50 und 100, 120 Liter, einfach so einen kleinen Pufferspeicher, wie gesagt, um die hydraulischen Kreisläufe einfach ein bisschen voneinander zu trennen dafür. Aber was du angesprochen hast, war ja, dass wir auch die Energie in den Pufferspeicher speichern wollen. Und das ist eine gute Idee, aber das funktioniert am besten eigentlich, wenn du wirklich ein Riesenvolumen an Wasser hast und dann hast du auch wieder hohe Wärmeverluste. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt und das einmal auch mit einer Bierdeckelrechnung macht, wenn wir jetzt 200 Liter bald installieren würden und wir sagen, wir nehmen diese 200 Liter und erhöhen diese 200 Liter von 35 auf 45 Grad, dann können wir da drin ungefähr 2,2 Kilowattstunden Wärme speichern. Okay. Wenn man das jetzt umrechnen würde, dann wären das ja im Endeffekt nur 500 Watt Batteriespeicherleistung. Das bedeutet, wenn du wirklich Energie speichern möchtest, dann tust du es am besten in der Batterie. Es ist auch viel flexibler, viel schneller nutzbar. Und im Pufferspeicher von der Heizung würde ich persönlich das nicht so empfehlen. Da würde ich nicht in diese Größen gehen. Das macht ja nicht so viel Sinn. Mal interessant, das so zu hören, weil das ja wirklich ein Riesenthema ist und immer wieder diskutiert wird. Der Heizstab in den Pufferspeicher noch rein. Heizstab halte ich sowieso nicht so viel von, weil das wirklich eine Kilowattstunde Strom, eine Kilowattstunde Wärmeenergie irgendwie, so wie ein Tauchsieder, da ist die Wärmepumpe definitiv effizienter. Zum Pufferspeicher habe ich noch eine Frage. Und zwar war das auch ein Kommentar, dass man ja Verwirbelungen im Speicher hat. Und dadurch, dass da immer Warmwasser und Kaltwasser verwirbeln, habe ich immer auch Verluste. Ist das etwas, was ihr auch in der Planung berücksichtigt? Also die Pufferspeicher sind genau für diesen Fall ausgelegt. Das bedeutet, dass wir versuchen, die Verwirbelungen durch den Anschluss möglichst gering zu halten, weil wenn das Kalte und das Warme Wasser falsch gemischt wird, haben wir so eine lauwarme Temperatur, was wir nicht wollen. Also da passen wir einfach beim Anschluss schon auf, dass wir nicht direkt gegenüber installieren oder dass die Pufferspeicher auch Trennbleche drin haben, dass der Volumenstrom nicht alles durcheinander wirbelt, sondern dass es da eher eine gewisse minimale Schichtung drin gibt. Ja, und jetzt habe ich noch aus meiner Kundensicht sozusagen eine technische Frage. Gibt es Pufferspeicher und bietet ihr die vielleicht sogar an, die man zuschalten kann, wenn zum Beispiel viel PV-Strom ist, aber wenn ich sie nicht brauche, mache ich sie weg, weil Daikin zum Beispiel auch sagt, wir brauchen gar keinen Pufferspeicher. Gibt es das? So einen zu- und wegschaltbaren Pufferspeicher? Habe ich noch nie gehört. Ich finde die Idee ganz charmant, aber nee, das haben wir nicht. Ja, habe ich einfach gedacht, wäre eigentlich ein ganz cooles Konzept auch. Also was ich wirklich empfehlen kann, wenn man die Energie speichern will, wenn sie günstig ist, einen fetten Batteriespeicher. Ja, ich bin ja beim Thema Wirtschaftlichkeit, gerade bei der PV-Anlage berate ich auch viel dazu. Klar. Da ist natürlich schnell die Wirtschaftlichkeit in Gefahr, sage ich jetzt mal, wenn ich einen zu großen Heimspeicher mir da installiere, weil die Anschaffungskosten halt auch enorm sind. Okay, das muss man natürlich in Relation sehen, wobei ich bei mir privat zu Hause habe eher einen kleinen Pufferspeicher und eher eine große Batterie, weil der Energiemarkt der Zukunft, glaube ich, auf dieses Konzept der Batterie einfach aufbaut. Aber natürlich die Langfristigkeit in der Wirtschaftlichkeit zu sehen, mit dem Energiemarkt der Zukunft ist knifflig. Ja, das ist schwierig und lässt sich auch schlecht an den Amortisationsrechnungen darstellen, weil du diesen Nutzen vom dynamischen Stromtarif, ich habe es ja auch schon in einigen Videos und Storys auch auf Instagram erzählt und gezeigt, mal bei 7 Cent den Speicher aus dem Netz zu beladen, das ist natürlich toll, wenn ich dann einen großen Speicher habe. Und dann habe ich auch einen Vorteil, wenn ich dann mit diesen 7 Cent meine Wärmepumpe ansteuern kann und also mit dem Strom für 7 Cent pro Kilowattstunde dann mein Haus heizen kann. Das ist natürlich super. Also das lohnt sich, da genau hinzugucken. Kleiner Hinweis, an der Stelle nochmal hier unter dem Video gibt es Links, um auch Angebote für eine Photovoltaikanlage aus meinem Netzwerk anzufragen, auch über euch zum Beispiel. Und ich habe jetzt noch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Da gibt es so ein paar, ich lächle schon, ja, ich will jetzt nicht sagen Stammtischparolen, aber schon Vorurteile auch gegenüber der Luftwärmepumpe. Zum Beispiel, dass die Luftwärmepumpe nicht effizient genug ist. Was sagst du dazu? Okay, also im Gegensatz zu einer Gasheizung ist sie wahnsinnig effizient. Also ein Teil Strom, dreieinhalb, vier Teile Wärme, das ist super effizient. Das ist ein totaler Wirkungsgrad in Prozent, wären das 350, 400 Prozent. Aber wenn man die Luftwasserwärmepumpe im Verhältnis zu einer Sohle-Wasserwärmepumpe, okay, die ist etwas weniger effizient, aber die Luftwasserwärmepumpe ist immer noch auf dem Top-Niveau. Das ist ja auch so, dass die Sohle-Wärmepumpe teurer ist, ne? Die Sohle-Wärmepumpe, da kostet die Bohrung, denke ich, so zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Also wenn man damit 15.000 Euro rechnet, muss man dieses Geld erstmal wieder einsparen durch die höhere Effizienz. Und das schafft man eher nicht. Ja, okay. Ja, Wärmepumpe geht nur mit PV-Anlage, beziehungsweise teilweise das Gegenstück, habe ich auch schon, das macht überhaupt keinen Sinn mit einer PV-Anlage und einer Wärmepumpe, weil im Winter, gerade hier in Norddeutschland, nähe Hamburg, haben wir halt wenig Sonnenstunden. Und woher kommt denn da der Strom? Also viele fragen jetzt auf einmal quasi, also Wärmepumpe geht doch nur mit PV-Anlage, was sagst du dazu? Ja, das wäre schön, dann würden wir es natürlich immer zusammenverkaufen müssen. Nee, es geht natürlich auch getrennt, also PV-Anlage geht alleine und die Wärmepumpe geht auch alleine. Aber die Verbindung von beiden ist einfach traumhaft. Zum einen können wir für die Wärmepumpe ungefähr 30% über die Photovoltaikanlage abdecken, das ist schon mal ein großer Anteil. Und die restlichen 60%, die wird ja meist dann verbraucht, wenn es draußen dunkel ist, beispielsweise im Winter. Und da haben wir natürlich die Lösung mitgebracht mit Heartbeat AI und die Verbindung Dynamic Pulse, einfach dann den Strom zu kaufen, wenn er günstig ist. Und wenn wir uns den Winter mal angucken, das ist oft sehr, sehr windig oder irgendjemand anders hat ein bisschen Energie über und der Strompreis ist sehr günstig. Das bedeutet, auch dort gibt es diese Schwankung und wir profitieren wieder von diesen Preistälern. Und wenn es wieder teuer wird, dann nehmen wir die Wärmepumpe aus dem Betrieb raus oder einfach in den reduzierten Betrieb. Heißt, ich kann auch wirklich eine Wärmepumpe von euch kaufen und komplett ohne Photovoltaikanlage betreiben. Weil das ist etwas, ja, ich muss ja das Komplettpaket kaufen, muss ich nicht, sondern ich kann auch wirklich nur eine Wärmepumpe bei euch. Genau, du kannst bei uns auch nur eine Wärmepumpe kaufen und wenn du sagst, ja, jetzt kaufe ich die Wärmepumpe und in zwei Jahren wird es Zeit für die Photovoltaikanlage, ist es auch ganz normal. Ja, okay, auch da der Link übrigens unten unter dem Video in der Beschreibung. Zu hoher Stromverbrauch und dadurch natürlich hohe Stromkosten, das befürchten viele, weil wenn man jetzt zum Beispiel 2000 Kilowattstunden Hausverbrauch hat, ohne Elektroauto, und dann kommt eine Wärmepumpe hinzu, dann kann das natürlich schon ein immenser Ansprung, also ein Anstieg sein von Strom, den man braucht. Wie stehst du dazu? Natürlich ist das richtig, dein Stromverbrauch steigt erstmal, aber dein Gasverbrauch reduziert sich natürlich auf null. Das muss man immer sehen, das verschiebt sich natürlich nur. Nur das Besondere dabei ist ja, du brauchst zwar mehr Strom, zahlst aber durch die dynamischen Tarife viel weniger pro Kilowattstunde. Ja, okay, ja, da heißt die Wirtschaftlichkeit dann da auch sehr interessant. Hochinteressant. Hatten wir ja im letzten Video schon, wie schnell das Ganze doch geht und wie viel Geld man tatsächlich pro Jahr spart. Ein weiteres Thema, es wird nicht warm. Ich kenne das von einigen anderen YouTube-Kollegen dann auch, die haben im Winter auch ein bisschen kühler gemacht, um nicht so viel Strom zu verbrauchen. Das ist nicht mein Ansatz, ich möchte mich wohlfühlen. Daher ganz spannend dann jetzt in Zukunft auch zeigen zu können, wird es warm in meinem Altbau oder sitze ich hier auch mit Schal und Mütze? Ich hoffe nicht. Also es wird nicht warm. Vorurteil oder? Es ist ein absolutes Vorurteil, vielleicht da um mal den Blick ein bisschen größer zu machen. Das Rathaus in der Schweiz, in Zürich, das hat glaube ich seit 1938 eine Wärmepumpe und da friert keiner. In den nordischen Ländern ist die Wärmepumpe das ganz normale Heizsystem und da friert auch niemand. Also du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du hier nicht frierst. Was uns einfach wichtig ist, wir haben ja die Heizwertsberechnung gemacht, dass wir dir auch nachweisen können, dass es wirklich warm wird. Also wir möchten nicht, dass du einen Behaglichkeitsverlust hast und der Kamin die ganze Zeit rennt, sondern bei reduzierten Kosten einfach die gleichen Bedingungen hast wie jetzt. Ja, also ich wage mal zu behaupten, ich lehne jetzt aus dem Fenster raus und wenn man friert, hat man es falsch dimensioniert, die Anlage. Vielleicht muss man irgendwo nochmal entlüften, aber eigentlich wird es immer warm. Ja, okay. Und Thema, ist es zu laut? Ist das noch ein Thema? Es ist zu laut, nee. Zum Glück nicht mehr. Seit einigen Jahren schaffen die Hersteller wirklich diese Anlagen so leise zu bauen. Wir hatten das in einem Video zusammen, also von einem halben Jahr, glaube ich, gedreht. Ja, im März war das, glaube ich, ja. März gedreht haben und wir haben versucht, diese Geräusche einzufangen. Es ist aber kaum möglich, weil die Geräte so, so leise sind. Der Verdichter ist schwingungsgekoppelt, dann immer das Außengerät ist nochmal extra mit so einer Matte von innen gefüttert, dass man wirklich kaum was hört. WhatsApp, seid gespannt. Ich werde darüber berichten, auf jeden Fall. Ich stelle mich daneben im Handy, du kennst mich, ich bin da ehrlich. Und werde das auch sonst berichten. Die Montage dauert zu lange. Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Ja, absolut. Wie man es noch erlebt, also ich komme ja selber aus der Szene und vor vielen Jahren war es immer noch so eine Wärmpumpe, war was Neues und man hat lange gebraucht für die Installation, aber zwei Wochen für sowas Neues. Einfach ganz normal. Aber mittlerweile haben wir die Prozessschritte schön aufeinander abgepasst. Jedes Gewerk kümmert sich um das, was es wirklich gut und schnell kann. Donnerstags oder Freitags, die Woche davor, kommt das Fundament und in der nächsten Woche installieren wir die Wärmepumpe, sodass du wirklich in einer Woche eine komplett fertige Anlage hast, was ich schon eine gute Zeit finde. Ich habe mir deinen Keller schon so ein bisschen angeguckt. Es war ein bisschen komplizierter, aber auch da packen wir eine Woche. Ja, okay. Ich bin ganz gespannt. Das waren erstmal meine Fragen aus der Community und ganz viele inhaltliche Themen hatten wir ja. Heizlastberechnung etc. pp. Einbindung, Photovoltaikanlage, das werde ich natürlich auch noch wunderbar zeigen. Vielleicht können wir da auch nochmal in Zukunft ein Video machen, wie hat es geklappt. Denn da möchte ich auf jeden Fall darüber berichten. Ehrlich dann auch zeigen, hey, das ist durch die Photovoltaikanlage abgedeckt worden. Das war der Zukauf an Strom, das sind meine Kosten und da transparent mit umgehen. Ja, Lukas, vielen Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht und dann lass uns mal den nächsten Schritt angehen, nämlich die Wärmepumpe einbauen. Ja, freut mich. Let's go.